Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Ina, 43 Jahre alt, Mama von zwei Kindern, einer Tochter, die ist knapp zwölf und ein Sohn, der ist neun und habe seit knapp zwei Jahren einen neuen Partner an meiner Seite. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich nochmal die Liebe erfahren durfte, denn ich habe einfach einen wunderbaren Mann an meiner Seite. Er unterstützt mich in sämtlichen Lebenslagen, er stärkt mir den Rücken, er unterstützt mich bei den Kindern, er ist mein Ruhepol, er ist der Mensch, der mich wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Ich habe vor, euch mitzunehmen in meinem Alltag. Ich habe, also geplant groß habe ich jetzt nichts, ich möchte das just for fun machen. Ich möchte Putzvideos machen, Koch- und Backvideos, Einkaufsvlogs und so weiter und so weiter. Oder Einkaufshalls, keine Ahnung. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig mache, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf meinem Kanal. Ich freue mich über jeden, der mich kostenlos abonniert und freue mich natürlich über jedes Like und jeden Kommentar. Und selbst über konstruktive Kritik bin ich sehr, sehr dankbar, denn ich bin am Lernen, ich kann nur lernen und ich bin einfach dankbar, wenn ich noch ganz, ganz viel in meinem Leben lernen kann.